Welchen Einfluss hat eigentlich Selbstliebe auf Erfolg? Welchen Einfluss hat Selbstliebe auf das persönliche Vorankommen? So, das heutige Thema, da freue ich mich wirklich drauf, ist das Thema Selbstliebe, Erfolg, Vorankommen. Was hat das Ganze miteinander zu tun? Wo kann man sich da im Wege stehen und wo kann man da tatsächlich richtige Ressourcequellen in sich neu wecken, wenn ich es mal so sagen darf? Herzlich willkommen! Wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation und einem Premium-Coaching-Business ein erfolgreiches und erfülltes Leben in Freiheit und Wohlstand kreierst, und zwar ohne Ängste und Zweifel, dann bist du hier richtig. Wir Lilian und Christian durften in der Vergangenheit über 3.500 Klienten und über 11.000 Seminarteilnehmern zeigen, wie man durch Klarheit, innere Stärke, Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist. Zunächst mal, ich finde das Thema so spannend, weil der Begriff Selbstliebe per se eben nicht unbedingt ein Begriff ist, der gleichzeitig auch in der Erfolgswelt so unterwegs ist. Also gerade, wenn es so ein bisschen in der etwas kühleren Business-Welt anklingt, dann rümpft man so ein bisschen gerne die Nase, so ein bisschen ESO-Zeug und Selbsthilfebücher und Kumbaya und so weiter. Und da kann man jetzt lange darüber sprechen, warum und weswegen das so ist. Ich gebe mal die Kurzvariante. Die Menschen, die sich sehr, sehr stark auf Erfolg fokussieren, wollen damit mit Sicherheit auch irgendetwas kompensieren. Fokussieren hat oftmals was mit kompensieren zu tun. Und das ist keine Abwertung, sondern es ist eine einfache weitere Strategie, mit Dingen in seinem Leben in irgendeiner Form klarzukommen. Und wenn ich diese Strategie nicht selber richtig gut kennen würde aus meiner weiten, weiten, weiten Vergangenheit, dann würde ich da nicht so locker leicht drüber sprechen. Es ist für Menschen nicht einfach, Dinge in sich anzunehmen, die sich nicht gut anfühlen, die mit Schmerz, mit Wunden verbunden sind. Und wenn man mal schaut, was regiert die Welt, dann ist das oftmals Geld und Erfolg und Leistung. Und da ist es natürlich naheliegend, wenn man für sich persönlich auch so das Rezept entwickelt. Okay, ich mache Business, ich werde erfolgreich, ich baue was Großes auf und dann brauche ich mich nicht mehr so sehr um meine Innenwelt kümmern. Und ich brauche mich auch nicht mehr so sehr um die Sachen kümmern, die bei mir innerlich vielleicht schräg hängen, die verletzt wurden, die verwundet wurden, die irgendwo im Trauma hängen. Also so habe ich es zumindest auch gemacht. Die, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, ich bin ein Berliner Wedding-Hinterhofskind. Meine Eltern haben mehr Zeit damit verbracht, sich gegenseitig zu vernichten, als für mich da zu sein. Das ist kein Vorwurf, die haben auch ihr Schicksal gehabt. Das ist aber sehr wohl etwas, was natürlich mein Leben massiv beeinflusst hat. Bedeutet an der Stelle, dass wir immer wieder im Leben tatsächlich in Bereichen unterwegs sind, wo wir glauben, klar zu sein, aber doch vielleicht später feststellen dürfen, Mensch, war doch wieder nur so eine Kompensation, war doch wieder nur dafür da, um andere Dinge zu verdrängen. Ich habe das viele Jahre praktiziert, denn die Unsicherheit oder das Maß auch an Misstrauen, das Maß an Verletzung, das Maß an Enttäuschung, das Maß an Abwertung, was ich mitbekommen habe, war für mich Grund genug zu sagen, damit wir nichts zu tun haben. Ich mache jetzt hier richtig Kohle, werde Millionär, habe ein geiles Haus und eine geile Yacht und ein tolles Leben. So weit zur Theorie oder zur Fantasie. Das ist ein bisschen Fantasy Island, weil viele Menschen natürlich so eine Idee haben, gerade junge Menschen und das ist auch völlig in Ordnung, völlig verständlich. Das Leben kommt von ganz alleine. Was meine ich mit dem Leben? Mit dem Leben meine ich, dass all die Dinge, die wir in uns begraben, ans Licht kommen wollen. Ja, sie wollen ans Licht kommen, weil das Leben dem Leben zugewendet ist und das bedeutet, dass das Leben nach Heilung sehnt. Ja, es möchte ganz gerne die Dinge, die nicht in Ordnung sind, geklärt bekommen und warum das so ist, weiß ich nicht. Aber da ich seit über 30 Jahren Therapeut, Coach bin, weiß ich das nun mal halt. Keiner kann vor sich selber weglaufen und damit meine ich, keiner kann seine Themen, seine inneren einfach so überlisten, sondern sie wollen integriert werden, sie wollen in irgendeiner Form geklärt sein. Da soll Frieden rein, eine Annahme rein, eine Integration. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass alles, was wir jetzt gerade besprechen hier, was sogenannte Themen sind, ist eigentlich nichts anderes als Lebensenergie, fließende Lebensenergie. Und diese Lebensenergie ist immer dann, wenn sie in uns verneint wird, blockiert. Ja, und wir brauchen diese Lebensenergie für unser Business. Wir brauchen diese Lebensenergie für unser Privatleben. Wir brauchen diese Lebensenergie für unsere Lebendigkeit. Wir brauchen diese Lebensenergie für unsere Beweglichkeit. Ja, tatsächlich auch geistig, aber auch körperlich. Und das alles durfte ich lernen auf dem Weg mit vielen Mitgenossen in Praxis aufenthalten oder in Klinik aufenthalten, auch selber, als es bei mir so weit war, dass ich vor lauter Angst und Panikattacken nicht mehr gerade ausschauen konnte, nicht mal mehr alleine den Müll in den Keller bringen konnte. Und vor lauter Schmerzen dann viele Jahre später kaum noch irgendwo einen sanften Hügel hochgekommen bin. Und ja, das sind so Dinge, wo man sich dann fragt, hey, habe ich dann alles getan? Ja, habe ich die richtigen Mindsets entwickelt? Und habe ich die richtigen Dinge gemacht? Weil du weißt doch, du bestimmst dein Leben selber und du kannst alles erreichen, was du willst, sagt der Adler-prophezeiende Motivationstrainer, der keine Ahnung hat von dem, was Leben wirklich ist. Oder sagen wir es mal so, viele davon wissen es, aber das vermarktet sich halt nicht so gut. Es vermarktet sich nicht so gut, den Leuten zu sagen, hey, hast du eigentlich einen Plan? Wenn du die Eisbergtheorie jemals verstanden hast, dann musst du doch checken, dass 95 Prozent der Dinge, die dich ausmachen, nicht greifbar sind. Oh mein Gott. Das passt nicht so gut zusammen, wie im nächsten Moment zu sagen, du kannst dein Leben selbstbestimmt den Griff kriegen und rocken. Okay, also wir haben Dinge in unserem Leben, die nicht so einfach sind, nicht so einfach zu handeln sind. Und diese Gewinner-Supertypen, die natürlich das nicht unbedingt auf ihrem Lebensplan haben, die machen natürlich gern. Den anderen weiß, sie wären die Superhelden und du brauchst das eigentlich nur nachmachen. Aber wenn das so einfach wäre, mit dem Nachmachen, dann frage ich mich, warum das noch nicht passiert ist. Ja, denn es gibt ja genug Menschen, die vormachen. Es gibt aber tausende Bücher, Videotrainings und weiß der Teufel nicht alles von Sachen, wie man sein Leben super rockt und zum Superstar wird. Zumindest Instagram, was das Videomaterial und das Fotomaterial betrifft. Wie es dann zu Hause wirklich aussieht, das weiß dann lieber mal keiner. Ja, aber das alles ist möglich in der heutigen Schein-Fake-Welt. Wir sollten uns davon nicht so sehr beirren lassen, sondern, und was meine ich jetzt mit Erfolg und Selbstliebe? Lieber gucken, was ist denn das, was ich an mir nicht mag? Was ist denn das, was ich an mir ablehne? Was ist das, was ich hasse in meinem Leben? Was ist das, was ich unbedingt weghaben will? Was ich unbedingt verändern will? Was ist das, was... Oh, ich muss mal kurz anhalten hier im Redefluss. Habt ihr das? Hört ihr das? Hm, einmal tief durchatmen. Ich darf immer nicht vergessen, wenn ich meine Podcasts hier mache, morgens auch wirklich präsent im Wald zu sein. Meistens gelingt mir das beides ganz gut, aber eben habe ich gemerkt, bin ich voll weggerutscht. Muss am Thema liegen. Was ist es also, ganz ehrlich, was du nicht ertragen kannst an dir? Was ist es, was du so gerne mit Business, mit Entertainment, mit, keine Ahnung, Alkohol, Musik, Sex, Drogen, wie auch immer deine Droge aussieht, vom Buffet fegen willst, dass es nicht mehr sichtbar ist? Und ich sage dir, das genau, was du daran antworten findest, ist das, was ich meine mit Selbstliebe, ist so wichtig für dein Vorankommen, so wichtig für dein persönliches Vorankommen wie dein Business, weil das ist nichts anderes als sowas wie ein Nein im Leben, eine gebundene, eine gebundene Lebensenergie. Stell dir mal vor, du wärst sowas wie ein Gebilde aus ganz vielen feinen Energiekanälen und diese Energiekanäle sind dafür da, dass da drin Energie fließt. Es gibt aber ein Prinzip im Universum, das sagt, diese Energie kann nur fließen, wenn man es lässt. Lassen, loslassen, wenn man es lässt. Dieses Lassen heißt, machen wir es mal abkürzungsmäßig, ja, okay, jo, darf sein. Nicht diese spirituelle, ja, das darf jetzt sein und ist aber eigentlich nicht so gemeint, sondern dieses, ja, absolute tausendprozentige Akzeptanz. Das Nein hingegen ist so etwas wie, wie übersetzt es am besten, wie Kälte, wie reises Kälte. Das ist so etwas wie einfrieren. Das bedeutet, diese Lebensenergie, stellen wir uns das vor, wie so ein Schlauch, fängt an, in diesem Schlauch zu gefrieren und blockiert dadurch natürlich. Kann nicht weiterfließen. Und wenn das viele Bereiche im System, im persönlichen System betrifft, dann wird das System kälter. Kommt dir das bekannt vor? Kennst du dich, wenn du Dinge nicht fühlen willst? Wie kalt du dann bist? Kennst du andere Menschen, wie sie ihre Gefühle wegmachen, wie kalt sie dann sind? Und das ist damit ein bisschen. Ich habe den Eindruck gewonnen. Nun bin ich ja ganz kurz schon 56. Also ich habe den Eindruck gewonnen, in über 30 Jahren Coaching und 56 Jahren Leben, dass das Leben so etwas wie ein Prinzip hat, dass es dieses Einfrieren wieder auftauen möchte, schmelzen möchte. Und diese Prozesse des Auftauens und des Schmelzens sind nicht immer so witzig. Oftmals geschieht das durch, also es geschieht in den beiden Spiegelflächen unseres Seins, nämlich Business und Beziehung. Also sprich Selbstverwirklichung und Wachstum und Interaktion. Und da begegnen uns dann von außen Wesenheiten, Menschen oder Situationen, die diese Dinge zum Schmelzen bringen. Und das ist nicht witzig, nicht immer. Das sind die Trigger, das sind die Dinge, die uns in Wallungen bringen auch oftmals. Und Wallungen heißt schon mal, da kommt was in Bewegung, die uns wütend machen oder die uns direkt traurig machen. Da ist schon ein Schmelzprozess. Die Tränen fließen lassen als Symbol für diesen Schmelzprozess. Ja. Oh mein Gott, wer mag das schon? Ja. So, jetzt gibt es aber eine sehr intelligente Variante, nicht immer darauf warten zu müssen, bis sein Business gerade wieder einen Bach runtergeht oder bis eine Beziehung wieder den Bach runtergeht. Nämlich, indem wir selbst beginnen, schmelzen zu lassen. Und das ist ein Hauptbestandteil unserer Arbeit, ein Hauptbestandteil der Inner Change Experience. Das ist der Grund, warum viele Leute sagen, dass wir dadurch wieder so viel Lebendigkeit gewinnen. Ganz einfach, weil die Energie, die vorher gefroren war, wieder in Fluss kommt. Und dieser Prozess ist der Prozess, dass du beginnst, die Fragen, die ich dir vorhin gestellt habe, zu beantworten und Zuwendung entwickelst hin zu dem, was du nicht haben willst. Und diese Zuwendung und dieser Kontakt mit dem ist schon der aktive Schritt der Selbstliebe. Warum Selbstliebe? Ganz einfach, weil man keine Bedingung stellt für die Art und Weise der Begegnung im Kontakt. Es darf wehtun, es darf Angst machen, es darf sein, es darf wütend machen. Also keine Bedingung. Und ich bin aber bereit zu bleiben. Ich bin bereit an dem Punkt, ich kann das hier nur auf der Metaebene mal erklären. Im Training machen wir das natürlich ganz expliziv mit unseren Klienten und können richtig beobachten, wie diese Dinge wieder ins Schmelzen kommen, wie wieder Durchbruch geschehen kann dadurch. Weil diese Lebensenergie natürlich gebraucht wird. Sie wird gebraucht für einen Business-Erfolg, sie wird gebraucht für deinen Durchbruch und sie wird natürlich ganz genauso gebraucht für deine Beziehung zu dir selber oder zu anderen Menschen, in deiner Partnerschaft beispielsweise. Und dieser Prozess des Schmelzens wird eingeleitet durch die Zuwendung, die Bereitschaft, die Freiwillige in dir. Am besten ohne Erwartung, ohne Bedingung. Das ist der schwierigste Aspekt. Das braucht Training, weil meistens macht man das nur, um wieder etwas wegzumachen. Und dann, ja, durch diese Zuwendung geschieht etwas Magisches, nämlich, das Magische ist, das Eis bricht. Es ist so wie warm und weit werden. So wie eine, wenn man Angst hat zum Beispiel, dann ist das arterielle System, das Adersystem, das verengt sich. Und es ist dann so etwas wie weit werden, ja. So etwas wie wieder frei werden. So etwas wie wieder durchatmen können. So etwas wie wieder in Fluss kommen und fließen können. Und das ist das, was ich meine, warum Selbstliebe, sprich Selbstzuwendung, was auch sehr selbstregulierend wirkt, für uns so wichtig ist, um im privaten Bereich, aber auch im Businessbereich erfolgreich zu sein, vorwärts zu kommen. Denn dieses Vorwärtskommen braucht Energie. So wie dein Auto Sprit braucht, braucht dein System Energie, um vorwärts zu kommen, um wachsen zu können. Das sind die Lebenssäfte, die da sein müssen, der Dünger, der da sein muss, um wachsen zu können. Und morgen. Und dafür braucht es genau diese Lebensenergie. Und davon bist du, jetzt kommt die Mutmachphase, davon bist du randvoll. Warum weiß ich das? Weiß ich deshalb, weil du genauso randvoll bist mit Gefrorenheit, mit eingefrorenen Lebensenergien. Und diese Lebensenergien wollen sich lösen und wollen wieder in Fluss kommen. Und das Leben hilft dir dabei, indem es dir Pleiten, Pech, Pannen, Beziehungsstress bietet, damit du erkennst, Mama Mia, das alles, was da entsteht, hat seine Wurzel darin, dass ich Dinge in mir nicht sehen wollte, weggedrückt habe, abgelehnt habe und so weiter. Und das kennst du mit Sicherheit in Beziehung auch. Ein Partner erkennt das oftmals sehr, sehr gut. Der will immer irgendwas von dir. Und du willst das nicht. Und in Wirklichkeit gibt es aber einen Grund, warum du das nicht willst. Und das hat mit dem Partner gar nicht viel zu tun, ehrlich gesagt. Sondern das hat etwas mit deinen Widerständen zu tun. Und genauso ist das im Business. Man möchte etwas erreichen und man gibt sich Mühe und strengt sich an und macht und tut. Aber es trägt einfach nicht die Früchte. Weil die Früchte brauchen diesen Lebenssaft. Die Früchte brauchen diesen Lebensenergie. Das ist nichts, was man so einfach sehen kann. Das ist auch nichts, was man äußerlich beeinflussen kann. Du kannst nicht bessere Werbeanzeigen schalten oder Marketingkampagnen machen und diese Dinge damit lösen. Du kannst eventuell bessere Werbeanzeigen und Marketingkampagnen machen und dadurch dann Einkommen steigern. Damit du dann, falls es irgendwie echt schief läuft, mehr verlierst im Falle des Falles und der Schmerz größer ist, wenn dir bewusst wird, das ist gar nicht das, worum es hier geht. Denn das, worum es geht, ist natürlich nicht Geld scheffeln oder Business aufbauen. Das, worum es geht, ist irgendwann mal tatsächlich Erfüllung in sich wahrzunehmen, inneren Frieden. Und ja, so etwas wie Liebe zu sich selber, Zufriedenheit mit sich selber. Und das ist in der Tat eine ganz andere Ebene und die können wir uns eben halt auch mit keinem Geld der Welt erkaufen. Von daher, wie gesagt, das auch nur eine Spiegelebene, das Business. Aber eine tolle, eine wichtige, super Spiegelebene, weil wir da genau auch sehen können, was ist denn schon im Fluss gekommen. Und das ist das, was ich erlebe mit Menschen, mit denen wir intensiv arbeiten, dass die dann auch merken, Mensch, hier kommt wieder was Neues, hier passieren plötzlich Dinge. Ich verändere mich und ich kann mehr integrieren. Und dadurch wachse ich auch. Und dadurch wachse ich natürlich auch wirtschaftlich. Dadurch kommt in meinem Leben insgesamt mehr Fülle, mehr Energie, mehr Fluss, mehr Dinge, die ich mir wünsche. Und das Leben wird spannender, interessanter, reicher. Genau. In dem Sinne, das ist es, was ich mit dir teilen wollte. Also der Kontakt, die Zuwendung, die Annahme, das ist Selbstliebe. Zuwendung zu dem, was du nicht willst. Das Leben zeigt dir permanent Dinge, die du nicht willst. Überall da, wo du mit dem Widerstand bist, kannst du im Grunde genommen dich üben. Und wie gesagt, jetzt hier nur auf der Ebene mal erklärt, dass du ein Bild davon hast. In der Tiefe sieht das oftmals etwas komplexer aus. Und ich habe mich irgendwann mal in meinem Leben entschieden, diesen Weg, da wo es echt schwer wird, nicht alleine zu gehen. Kannst du selber drüber nachdenken. Weil wir uns da natürlich durch unsere Schutzmechanismen mehr im Weg stehen, als uns oft lieb ist. Und wir besser gemeinsam gehen können, Hand in Hand. Und das ist das, was Menschen beispielsweise auch in unserem Programm erleben, wo wir eben halt unterstützen. Ja, ich freue mich, dass du das Thema mal aufgegriffen hast und hier jetzt dabei geblieben bist sozusagen. Und dass du mit Sicherheit ein wenig im Nachklang reflektierst, was ist denn das da eigentlich bei mir? Was ist denn da bei mir gefroren? Und wie lange schon? Wie lange ist das schon so? Weil dann wird dir auch bewusst, wie schwer das ist, alleine das zu lösen. Und wie schaffe ich es eigentlich, dass ich da nicht hingucke? Also was für Mechanismen der Verdrängung und Verleugnung und was weiß ich nicht alles, Verwirrung, entwickle ich denn da? Und wenn dir das ein bisschen klarer geworden ist, solltest du die Entscheidung treffen, wie es für dich in deinem Leben weitergehen soll. Weil da ist viel mehr drin, als du ahnst. Ja, denn wenn diese Dinge erst mal geschmolzen sind, dann hast du eine völlig andere Lebenssituation, hast du eine ganz andere Geschwindigkeit. Dann hast du einfach sowas wie einen Extratank oder überhaupt erst mal einen Ersatztank. Also dann hast du wirklich Speed und kannst natürlich auch ganz anders Gas geben. Und warum nicht? Hier geht es nicht um schneller, höher, weiter. Hier geht es um das eigene Potenzial entwickeln. Und wir haben jetzt hier heute einen ganz spannenden, sehr feuchten Sommertag. Und ich sehe, wie das hier jetzt gewachsen ist wieder in der letzten Zeit, weil wir ziemlich viel Regen haben dieses Jahr. Und man sieht, wenn die Pflanze viel Licht bekommt, viel Wasser bekommt, viel Nährstoffe hat, dann schießt sie einfach anders in die Höhe. Ja, sie entfaltet sich anders. Und das Gleiche gilt für dich. Du bist im Grunde genommen auch so ein Pflänzchen des Lebens, des Universums und kannst ganz anders wachsen mit dieser Energie als ohne. Ja, vielen Dank, dass du mir zuhörst. Und ich freue mich auf unser nächstes Podcast-Treffen. Wenn das Thema für dich spannend war, freue ich mich über eine Bewertung, über einen Kommentar. Und wenn du dieses Thema an jemanden weitergeben möchtest, für den das spannend ist, dann tust du damit etwas extrem Gutes. Und deswegen hier nochmal die Anmerkung. Mach das ruhig, ja. Schick einen Link raus an deine Freunde, deine Bekannten. Damit hilfst du ihnen ein Stück zu wachsen, Dinge zu reflektieren und ihr Leben nicht nur zu meistern, sondern zum Aufblühen zu bringen. Bis bald. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Und wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings, wer immer das Gleiche tut, wird auch immer das Gleiche bekommen. Dein Erfolg kommt nicht von allein. In unserem eigenen Leben sind wir oft blinder, als wenn es um andere geht. Darum braucht es oft Anleitung und Unterstützung, um zu erkennen, welche Schritte die nächsten und die besten sind. Dabei können wir dir helfen. Wenn du ernsthaft bereit bist, Zeit und Energie in deine Entwicklung zu investieren, dann besuche dazu jetzt einfach unsere Webseite www.humanessence.de und folge dort deinen Möglichkeiten. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017